Was ist die Firma Göbel? Guten Tag, wir sind die Firma Göbel. Wir sind Spezialisten mit Wild. Wir machen sehr viele Wildspezialitäten, verarbeiten unheimlich viel Wild. Wir machen das seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren bin ich dann auch Jäger geworden. Ich bin von klein auf eigentlich schon mit dem Vater unterwegs gewesen. Aber seit 30, 35 Jahren habe ich den Jagdschein und habe dann über die ganzen Jahre jetzt das Hobby zum Beruf gemacht. Inzwischen führen wir eine große Metzgerei, wo wir Wild hier aus dem südlichen Baden-Württemberg von Forst BW und private Jäger herholen und verarbeiten. Und zu unseren Spezialitäten weiterverarbeiten. Das ist eigentlich das Große und Ganze. Wir sind breit aufgestellt. Wir machen Direktverkauf, wir machen Gastronomie-Belieferung und machen auch sehr viele Feste. Und wo wir vor Ort sind, das fängt an von der Slow Food Messe im April, am Jahresanfang. Geht dann über das Frühlingsfest in Stuttgart, über einen eigenen Biergarten, über einen großen Mittelaltermarkt, wo wir auch selber organisieren und unser Wild dort anbieten und verkaufen. Bis zum Herbstfest, sprich der Wasen in Stuttgart. Das schöne Alpdorf betreiben wir. Und dann geht es weiter. Dann fangen ja schon wieder die Weihnachtsmärkte an. In Stuttgart, Esslingen, Köppingen und Esslingen sowieso. Und Ludwigsburg beliefern wir auch noch. Dankeschön. Ja. 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 Wie ist die軒ge possessiver? Ich habe da. Und duED. Ver 나눗gen wir für die invest재örper.